Ja, ich kann mich noch erinnern, als ich letztes Jahr im Arbeitsamt war, da fragte mich die Frau vom Arbeitsamt, Herr Bayer, was möchten Sie denn nach Ihrer Kündigung machen? Und ich antwortete, nichts. Und das fand sie wahrscheinlich nicht so alltäglich, weil ich habe richtig gesehen, wie auch ein bisschen die Schminke aus dem Gesicht fiel. Aber naja, jetzt bin ich in dieser nicht so alltäglichen Situation, also bin gekündigt, bin frei und lebe von meinen Reserven und von meinen Nebeneinkünften. Und mir ging es im Januar so ähnlich wie der Frau vom Arbeitsamt. Mir fiel nämlich auch so ein bisschen die Schminke aus dem Gesicht, obwohl ich mich gar nicht schminke. Aber der Januar war doch überraschend schlecht. Also schlecht in der Hinsicht, dass ich deutlich mehr Ausgaben hatte, als ich wollte. Und jetzt ist die Frage, wie war der Februar? Und der Februar, das kann ich schon so viel verraten, der war genau das Gegenteil. Also ich kann ihn so ein bisschen als goldenen Finanzmonat bezeichnen, weil da hat das Schicksal quasi zurückgeschlagen. Also immer wieder, wenn ich meine Konten abrief, dachte ich mir, Mensch, wo kommt denn die ganze Kohle her? Ja, manchmal musste ich sogar vor Freude tanzen und ja, das zeigt, wie verschiedener Schicksal doch agiert. Und ja, damit heiße ich die willkommen im Cashflow-Tagebuch oder Tagebuch der Freiheit, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich es nenne, für den Monat Februar. Und ich erzähle dir heute einfach mal, was ist finanziell so abgegangen, was waren meine Ausgaben? Die waren schon mal gigantisch hoch, das kann ich schon mal verraten. Was waren meine Einnahmen? Die waren noch höher. Und ja, zeige dir auch mal ein paar neue Statistiken, Tabellen und was dazugehört. Also im Grunde genommen, ja, gibt es jetzt den Rückblick auf den Februar, weil wir haben den Rückblick auf den Januar, wir haben den Vorgast auf den März und jetzt schauen wir mal, wie der Februar abgeschlossen wurde. Und wenn dich das interessiert, dann geht es nach dem Intro direkt los. Ja, willkommen zurück. Und wenn dich so Themen wie Sparen, Investieren, Reich werden, Interessieren oder wenn du mich einfach so ein bisschen auf meinem Weg der frugalen finanziellen Freiheit begleiten willst, dann lass auf jeden Fall ein Abo da und ich würde sagen, wir legen mal direkt los. Und dazu gehen wir wieder mal an meinen Bildschirm, weil dann kann ich so ein bisschen auch was zeigen und ein bisschen vorlesen. Und zwar der Februar. Also wenn ich den Februar so ein bisschen in eine Metapher einpacken kann, dann ist es so eine Metapher, ich stehe im Karnevalszug und man wirft mir eine goldene Kamelle zu. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber also im Nachhinein, nachdem der Februar vorbei ist, habe ich mitbekommen, das war ein gigantischer Februar. Und am Anfang, da war es wirklich so, vielleicht kannst du dir das vorstellen, du entscheidest dich frugal finanziell freizuleben und hast auch einen Plan, aber dann geht es wirklich los. Und so in den ersten Tagen kommen dann doch immer mal so ein paar Fragen und ich habe mir auch ständig immer die Frage gestellt, ist denn die Entscheidung finanziell freizuleben richtig? Liegt er auf dem richtigen Weg? Gehen denn meine Pareto-Vorberechnungen auf? Ja, was passiert nach dem krassen Januar? Wird der Februar noch schlimmer? Also so, ich will nicht sagen ein bisschen Angst, das ist Quatsch, aber so ein bisschen Respekt hat man ja doch, gerade am Anfang, wenn es losgeht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du zum Beispiel eingestiegen bist beim Aktienkaufen, die ersten 1, 2, 3 Monate nach dem Aktienkauf guckst du immer auf die Kurse und immer wenn es steigt oder fällt, hast du Gefühle und man ist noch nicht so emotionsfrei. Und genauso geht es mir jetzt bei dem Weg der finanziellen frugalen Freiheit und am Anfang waren doch ein paar Fragen, die sich bei mir gestellt haben. Das Schöne ist, die Fragen wurden so ein bisschen neutralisiert und zwar, ja, ich weiß nicht, das hatte ich auch schon in einem der letzten Videos erwähnt, es ist wirklich so, wenn man dann hundertprozentig frei ist, also wenn es nicht nur Urlaub ist und keiner dir irgendwelche Konventionen vorschreibt und du den ganzen Tag machen kannst, was du möchtest, dann ist das natürlich ein tolles Gefühl. Und es ist zum Beispiel auch so, dass sich jetzt nach ein paar Wochen meinen Tagesablauf so ein bisschen manifestiert hat. Also das bedeutet, ich stehe früh auf, kreiere Content, erledige am Anfang des Tages so die Eat-the-Frog-Aufgabe, so habe ich es hier im Beitrag genannt. Eat-the-Frog bedeutet so die Aufgabe, die entweder am bescheuertsten ist, wo ich mich so am meisten vorgräme, oder die Aufgabe, die mir tendenziell für die Zukunft mehr, ja, Income oder, ich sag mal, Auswirkungen bringt, um das mal so auszudrücken. Und wenn ich dann schon früh diese, ich sag mal, Content-Aufgaben und die Eat-the-Frog erledigt habe, dann ist es sehr oft so gewesen im Februar, und das ist eine tolle Sache, wo ich dann zum Mittag schon gesehen habe, ich bin mit meiner Pflicht durch und Nachmittag kommt dann quasi die Kür. Und ja, zum Mittag ist es dann noch wirklich immer so gewesen, ja, eine schöne Siesta, das heißt in Ruhe essen, in Ruhe kochen, auch mal, ich sag mal, noch eine Runde an die falsche Luft gehen und so weiter. Also dieser Zeitgewinn ist natürlich enorm. Und ich habe jetzt so ein neues Wort erschaffen, und zwar, das heißt Zeit-Karma. Da gibt es auch wahrscheinlich noch mal ein Video dazu, und zwar Zeit-Karma bedeutet, du tust die Dinge, die du sowieso tust, aber zu Zeiten, ja, die da besser liegen, also wo du damit besser was anfangen kannst. Ich weiß nicht, auf Arbeit ist es immer so, da hast du Aufgaben und die musst du zu diesen Zeiten erledigen. Und manchmal gibt es auch Aufgaben, wo du sagst, Mensch, die könnte ich jetzt lieber frühs, wenn ich aufgestanden bin, oder abends, wenn ich nicht mehr so viel Power habe, weil es so eine einfache Aufgabe ist, erledigen. Und bei mir ist es jetzt wirklich so, und das ist so ein Learning, und das finde ich auch richtig toll. Ich habe meine Aufgaben, ich habe jeden Früh meine To-Do-Liste, und ich erledige die Aufgaben an Momenten oder zu Zeiten, wo es halt passt. Und das ist natürlich cool. Und da hatte ich so, in dem Februar hatte ich so auf der einen Seite so dieses schlechte Gefühl vom Januar, weil es so schlecht losgegangen ist, aber auch dieses Gefühl der Freiheit, und beides hat sich, wenn ich das so ausdrücken darf, so ein bisschen neutralisiert, was natürlich cool ist. Und somit war der Februar wirklich ein guter Monat. Und ich muss zugeben, ja, als ich die Ausgaben gesehen habe, haben schon ordentlich Schlaggern, und da ist mir schon ein bisschen meine Schminke abgefallen. Und zwar am Ende des Februars hatte ich knapp 3.000 Euro Ausgaben. Wow, das hatte ich die Monate zuvor nicht, und das war null in meiner Kalkulation drin. Und trotzdem habe ich es geschafft, ich sage mal, diese mit den Einnahmen zu toppen, und mit einer positiven Sparkur, da bin ich aus dem Monat rausgegangen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in die Einnahmen und Ausgaben, und wir fangen mal an, ich weiß sogar nicht, wie du was mal anfangen, mit den Ausgaben. Und die zogen mir so ein bisschen den Teppich unter den Beinen weg, weil die Wohnkosten waren dieses Mal gigantisch hoch. Also nicht nur dafür, dass, ich sage mal, noch mal eine Versicherungsrate fälschlicherweise abgebucht wurde, und dass logischerweise erstmal meine Zahlen und Daten verbucht wurde. Also die Wohngebäudeversicherung wurde ein zweites Mal gebucht, am 1. Februar, und wurde bis jetzt, also in den kompletten Februar, noch nicht zurückgezahlt. Das heißt, da steht ein Betrag von 970 Euro schon mal Minus. Und dann kamen natürlich noch die Heizkosten dazu, und die Heizkosten lagen bei über 350 Euro. Jetzt wirst du sagen, Mensch, warum zahlst du so viele Heizkosten? Nummer 1, ich habe eine Gasheizung, die das Haus so ein bisschen lau warm heizt im Winter. Und Nummer 2, im Februar war die Heizungswartung wieder fällig, also die jährliche oder zweijährliche Heizungswartung. Und die schlägt natürlich auch zu Buche. Und alles zusammen waren dann auch schon mal in Richtung Heizung, 351 Euro, und somit kam ich wirklich auf Wohnkosten von knapp anderthalb tausend Euro. Also davon können andere Menschen nur zwei oder drei oder vier Monate in ihrer Wohnung leben mit allem drum und dran. Aber ja, das war eine ganze Menge. Und als ich die Kosten, die kamen ja schon am Anfang des Monats, hatte, habe ich gedacht, Mensch, kommst du hier noch lebend aus dem Monat raus? Aber naja, und bei den sonstigen Ausgaben, ja, da summierten sich auch über 700 Euro zusammen. Ich sage mal, da war ich ein bisschen selbst schuld dran, aber da bin ich auch gerne dran schuld gewesen, weil wir hatten, zum einen hatte ich meine, ja, meine Verabschiedung von meinem Team, da hatten wir noch mal ein Abendessen, und da habe ich das ganze Team zum Essen eingeladen. Und zum anderen kamen dann noch Kosten dazu, wie die GEZ. Und wenn ich was liebe, und das kann ich dir nur empfehlen, ich lasse meine Versicherung, soweit es geht, immer jährlich abbuchen. Und jährlich, das bedeutet, du hast einmal im Jahr so einen richtigen Schmerz. Das heißt, einmal zieht so richtig Euro von dem Konto, Euro ist vom Konto, aber dann hast du das ganze Jahr Ruhe. Und dreimal darfst du raten, in welchem Monat das der Fall war. Es war im Februar der Fall. Das bedeutet ganz einfach, da kam wirklich alles, was so an Autohaftpflicht, und alles, was ich so an Versicherung habe, wurde in einem Abwasch abgebucht. Und dieses Teamessen, die ganze Versicherung und auch GEZ und noch ein, zwei, drei kleinere Sachen waren dann auch 735 Euro, was nur sonstige Ausgaben sind. Also sonstige Ausgaben und, ja, Wohngeldausgaben oder Wohnungsausgaben oder Wohnausgaben waren schon deutlich über 2000 Euro. Und dann kamen noch halt ein paar kleine Ausgaben dazu. Ich habe es jetzt mal gesagt, Nahrungsmittel, das lief ganz gut mit 215 Euro. Ich habe mir immer so das Ziel gesetzt, pro Monat nicht über 250 Euro zu kommen. Und wenn es gut läuft, auf 220 Euro, ohne dass ich jetzt, ich sage mal, billig Spaghetti esse oder was auch immer. Und da kam ich gut, Lenk hin. Ja, wie habe ich das gemacht? Ich habe auch mal ein paar Reste aufgebraucht. Kann ich auch nur empfehlen, wenn man jetzt eine Weile nicht so Reste essen gemacht hat. Man hat da immer noch ein paar angefangene Nudeln, mal dies oder jenes. Und das einfach mal aufbrauchen. Und da hat man in dem Monat schon ganz schön gespart. Dazu kamen noch ein bisschen, ich nenne sie immer Fortbewegungskosten. Also so Benzin und ein Zugticket nach München ist dazu gewesen. Und was ich im Februar auch gemacht habe, das ist ja für mich total selten. Ich habe Kleidung gekauft. Ich muss mich selber kaputt lachen. Mache ich es total selten. Aber jetzt war auch mal wieder Zeit. Ja, die Hosen waren so durchgetragen, dass ich welche brauchte. Habe ein paar Hosen bekommen für 101 oder für 140 Euro ungefähr. Ja, und das war es dann schon. Und ein Punkt, über den ich mich noch ärgere, das hatte ich auch in dem Blogbeitrag geschrieben, der dann am Nachmittag online geht, sind so meine Kommunikationskosten. Ich habe die mal zusammengetragen und habe festgestellt, wow, ich bezahle 58 Euro nur zum Kommunizieren. Also ein bisschen Telefon, ein bisschen Internet und ein bisschen Cloud-Speicher. Das ist ein bisschen viel. Und da, das hatte ich auch schon angekündigt, werde ich ein bisschen mal optimieren. Und am Ende, und das ist Wahnsinn, und das verdienen manch einer nicht mit einem normalen Job, habe ich in dem Monat Februar 2893,28 Euro ausgegeben. Wow. Also wenn ich jeden Monat so viele Ausgaben habe, dann komme ich mit meiner finanziellen Verhalten noch bis zum Pfingstfest und dann war es das gewesen. Aber ja, zum Glück ist nicht jeder Monat so. Und jetzt kommt aber die Überraschung und zwar die Einnahmen. Ja, und da geht es jetzt erstmal los. Ich habe noch ein paar Einnahmen gekriegt als Arbeitnehmer. Ich sage mal, nachdem die Firma es ein bisschen verschüsselt hatte, mir mein letztes Gehalt zu zahlen, wurde es natürlich nachgezahlt. Und wann passiert das? Das passierte dann einen Monat später, und zwar am Februar. Und dazu, ich war ja so ein Workaholic und hatte noch einige Überstunden stehen und habe auch noch am Feiertag gearbeitet, am 6. Januar. Dazu kamen noch die Überstunden und der Feiertagszuschlag. Und alles zusammen waren dann doch 2.046,13 Euro. Also, obwohl ich finanziell frei lebe, oder obwohl ich schon in einer finanziellen Freiheit lebe, hat dieser Verzug der Lohnzahlung und meine Überstunden dafür gesorgt, dass ich doch nochmal quasi sowas wie einen richtigen Lohn bekommen habe. Bin ich auch ganz froh, weil das in den Januar passte. Der nächste Knaller bei den Einnahmen kam aus dem Bereich Vermieten und Verpachten. Also, wie jeden Monat kriege ich ja eine Miete für meine kleine Zweiraumwohnung, wo dann am Ende 279 Euro übrig bleiben. Und dazu kam eine Pachtnachzahlung von 1.125,37 Euro. Und darauf habe ich euch gefasst. Aber was passiert, wenn man so finanziell frei ist, oder finanziell frei, ich will es immer nicht so auf die Kacke hauen, aber was passiert ist, wenn man so frei hat oder Zeit hat, man kümmert sich mal um alles Liegengebliebene. Und beim Liegengebliebenen habe ich dann festgestellt, dass eine Pacht-Sache noch nicht erledigt wurde, um das mal auszudrücken. Und das schon über zwei Jahre. Und dann habe ich mich mal mit der Behörde kurz geschlossen, mit der Agrargenössenschaft, und die teilte mir mit, Mensch, Herr Bayer, wir haben noch ein paar Pachten offen. Sie haben noch für die letzten zwei Jahre, kriegen Sie noch Pacht. Und das waren dann weit über 1.125 Euro. Und alles zusammen sind natürlich dann auch schon wieder knapp 1.400 oder 1.500 Euro, was ich nur an Pacht und Miete bekommen habe. Und das passt natürlich super in den Januar bei den hohen Ausgaben. Und dazu kommt natürlich noch meine Lieblingskategorie, ich sage es immer, die stinkfaulen Einnahmen, die Dividenden und Zinsen. Und obwohl der Februar ein bisschen kürzer ist, also kürzer heißt ja nur 28 Tage, das heißt, es gibt nicht ganz so viele Zinsen, kam ich dann doch auf ganz, ganz knapp 300 Euro, so 297,61 Euro. Hier am Bildschirm siehst du mal, welches Unternehmen mir was gezahlt hat. Aber das ist dann auch schon mal eine ganze Menge. Und worüber ich dann auch noch stolz bin, ist, ich bin auch gerade dabei, so dieses richtig große Allbauernhaus ein bisschen auszuräumen. Und beim Ausräumen gibt es Punkte, davor schenke ich was, da gibt es Punkte, da spende ich was. Und es gibt auch einige Sachen, die versteigere ich. Oder verkaufe ich über eBay Kleinanzeigen. Und mit ein bisschen verkaufen, also jede Woche mal eine Sache habe ich verkauft, habe ich dann doch 226,51 Euro eingespielt. Und dazu kommen dann im Februar noch am Ende noch ein paar Einnahmen von meinem Buch. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst, selbst schon, wer nicht bloggt. Also wenn du ein Buch haben möchtest, was dir erklärt, wie du finanziell bloggen kannst oder mit Bloggen Geld verdienen kannst oder generell im Internet Geld verdienen kannst, dann ist das das Buch. Und das verkauft dich jetzt auch schon seit anderthalb Jahren richtig gut. Und da kommen jeden Monat zwischen 100 und 120 Euro irgendwo dazwischen rein. Bin ich sehr froh. Und ich glaube, 102 T-Shirts habe ich auch verkauft. Da gibt es auch noch ein paar Euro dazu. Und ja, somit habe ich doch ein paar große Posten gehabt im letzten Monat, die sich dann zusammen addierten. Und jetzt, halte schlupperfest, um das mal so auszudrücken, das waren dann doch 4.538 Euro. Das heißt, nachdem ich ganz schön in den Schwitzen gekommen bin am Anfang des Monats mit den hohen Ausgaben, gerade für das Haus und fürs Wohnen, haben es dann die Einnahmen am Ende des Monats wieder gut gemacht. Und hier siehst du es jetzt mal. Ich scroll es dir mal rein. Da hast du jetzt das Fazit und die Sparquote. Und wie du siehst, bin ich aus dem Monat mit einer Sparquote von 36,2% rausgegangen. Irgendwelche Steuerzahlungen hatte ich an der Stelle nicht. Und da bin ich auch ganz froh. Somit war es ein sehr erfolgreicher Monat. Ich muss noch dazu sagen, für die treuen Zuschauer, ich müsste an der Formel für die Sparquote noch was verändern, weil die war im Jahr noch nicht richtig. Und somit siehst du jetzt auch den Januar korrigiert da drin. Insgesamt, wenn ich das immer richtig so auf die Kacke hole, hatte ich mit Einnahmen und Ausgaben einen Cashflow von über 7.000 Euro. Das ist ja verrückt. Also werde ich die nächsten Monate des Jahres nicht haben. Aber ja. Und dann habe ich so ein bisschen, vielleicht hast du das schon mal gesehen, ich scroll es dir jetzt mal hier rein, habe ich so ein paar Übersichten. Und hier siehst du zum Beispiel die Jahreszielerreichung in den verschiedenen Kategorien. Und da siehst du zum Beispiel den richtig hohen Balken mit 117 Prozent. Also am Ende des Jahres habe ich jetzt schon, ich werde jetzt keinen Lohn mehr bekommen, aber ich habe 17 Prozent mehr bekommen, als ich vorher geplant habe. Und auch die grüne Kategorie, das ist die Vermietung und die Verpachtung, hat schon die Hälfte des Jahres eingespielt. Und anhand der Balken siehst du, wie weit ich in welcher Kategorie, ich sage mal, mein kommunistisches Ziel, muss man so ausgedrücken, erfüllt habe. Ja, und da haben wir schon eine Zielerfüllung bei einer Kategorie von über 100 Prozent. Und diese Balken steigen natürlich am Ende des Jahres. Und wenn meine Planung oder mein Vorkast richtig war, dann sollte ich überall bei 100 Prozent liegen. Wenn ich drüber liege, ist es top. Wenn ich drunter liege, ist es natürlich flop. Und daneben siehst du noch so ein bisschen die Einnahmenverteilung. Da siehst du, dieses Jahr hat doch noch die Restkohle von meinem Job einiges ausgemacht, die Vermietung und Verpachtung. Traden hat einen Anteil, von Blockkompfass, Dividende. Also alles zusammen ist immer, ich sage mal, ein schönes Puzzle, was dafür sorgt, dass ich überlebe, jedenfalls bis jetzt. Und jetzt gibt es ein neues Dashboard, was ich dir noch zeigen will. Und zwar die frugale finanzielle Freiheit, die Bilanz. Und jetzt schau da erst mal drüber, weil es erklärt sich so ein bisschen von selbst. Und hier haben wir so die verschiedenen Kategorien. Das heißt, ich habe einmal die frugale Freiheit-Kategorie, Girokonten, P2P-Kredite, die Sachwerte, spekulative Anlagen und Vorsorge. Und da siehst du jetzt erstmalig, noch nicht schön aufbereitet, aber die Zahlen stimmen wenigstens. Da siehst du jetzt, in welcher Kategorie ist was passiert. Und da sehen wir zum Beispiel, bei der frugalen finanziellen Freiheit, also auf meinen Konten, bin ich von dem Start, also vom Anfang Februar bis zum Ende des Februars, habe ich mich um 1144 Euro sogar verbessert. Also ich habe mehr eingenommen als ausgegeben. Und bei den Girokonten, das sind jetzt so die Verrechnungskonten, die jetzt nicht mit der frugalen finanziellen Freiheit verbunden sind, sind 340 Euro weniger geworden. Das heißt, da wurden ja automatisch auch Aktien gekauft und kamen auch Dividende rein. P2P-Kredite gab es nur 106 Euro dazu. Ja, was heißt nur, das sind die Zinsen von Bondora und Co. Bei den Sachwerten, und da sieht man so ein bisschen die aktuelle globale Situation, die Sachwerte gingen wirklich nach unten. Ich muss ehrlich dazu gestehen, ich bin nicht sehr europäisch-lastig, um es mal so auszudrücken. Das bedeutet, ich hatte in Anführungszeichen noch ein bisschen Glück, habe aber trotzdem durch die aktuelle globale Krise, wenn ich das so nennen darf, an der Stelle, habe ich 2500 Euro verloren. Was natürlich das Ganze ausgewichtet hat, waren dann die spekulativen Anlagen, das heißt die Kryptos oder Robotics Online, die haben dafür gesorgt, dass ich dann am Ende des Monats doch 1917 Euro plus gemacht habe. Und Vorsorge und Festanlagen haben sich erhöht um 1144 Euro. Da kamen noch ein paar Jahresendbuchungen dazu. Und das bedeutet im Endeffekt, wenn ich alles so zusammennehme, also meine Ausgaben, meine Einnahmen, alles, was so passiert ist, komme ich aus dem Februar mit 1516,81 Euro plus. Geile Sache, freue ich mich. Und von den 15.000 Euro, die ich für dieses Jahr geplant habe, sind noch 14.597 Euro übrig, also auch gut. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt in den nächsten Monaten die 15.000 Euro, also das, was übrig ist, immer weniger wird. Das ist ja auch das Ziel, dass ich bis zum Ende des Jahres über Null bleibe. Und bei der Bilanz ist es halt wichtig, dass diese immer bei Null ist oder positiv. Solange die bei Null oder positiv ist, läuft das Experiment der frugalen finanziellen Freiheit, dann heißt es, es funktioniert. Wenn die jetzt negative geht, dann ist irgendwas im Argen. Ich denke mal, das ist meine Vermutung, da bin ich ganz ehrlich zu dir, ich denke mal, wenn jetzt global noch die Situation noch weiter und so anspruchsvoll bleibt und Aktien in den Keller stürzen oder die Kryptos mitgezogen werden oder was auch immer, kannst du die Bilanz auch mal ins Minus ziehen. Aber ja, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall, der Start ist schon mal gelungen und ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja, und das war so der grobe Überblick für den Februar. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Voll krasse Kosten, wo ich erstmal nicht drauf vorbereitet war. Dem hingegen totale Einnahmen, wo ich auch nicht drauf vorbereitet habe. Es war ein guter Monat und im Endeffekt die frugale finanzielle Freiheit bewegt sich auf dem Level, wo ich sehr zufrieden sein kann. Und wenn das so weitergeht, könnte das Experiment klappen. Aber, ich verrate es mal noch nicht, es sind schon ein paar Sachen, die sich im Laufe des Jahres angekündigt haben, mit denen ich noch nicht so letztes Jahr gerechnet habe. Und wenn du wissen willst, was das ist und was ich noch vor dumme Ideen habe, weil ich hatte jetzt noch, das ist schlimm, wenn du so viel Zeit hast und kannst über viele Sachen nachdenken, da hast du echt viele Ideen. Und da sind mir schon noch einige gekommen und ich weiß noch nicht, wie sich diese Ideen auf meinen Cashflow oder auf meinen Vermögensbestand auswirken. Also, wenn du wissen willst, wie das Ganze in Zukunft weitergeht oder ob ich mit meinem finanziellen Freiheitsexperiment irgendwann mal doch auf der Fresse falle, ja, falls es schon geschehen, lass ein Abo da. Und ansonsten war es das jetzt schon für diesen, ich sag mal, Rückblick auf den Monat Februar. Und ich freue mich wieder, dass du so lange dran geblieben bist, weil wir brauchen ja wieder nur viele Zahlen und Erkenntnisse. Aber vielleicht kann ich dir damit auch ein bisschen weiterhelfen, weil im Endeffekt will ich dir nicht zeigen, wie cool meine Zahlen aussehen oder was auch immer. Ich möchte dir einfach zeigen, dass ein Typ, so ein Mann von nebenan, also so wie ich es halt bin, ja, mit ein bisschen Planung, mit ein bisschen Minimalismus und Fungalismus, es doch schafft, eine gewisse Zeit oder bis zum Ende seines Lebens, ja, freizuleben. Weil so kompliziert ist es nicht. Und jetzt kommen jetzt noch ein paar Videos, wo ich dir noch ein paar Sachen zur Krankenkasse und zu einigen anderen Themen erkläre. Und da wirst du sehen, das Ganze kann ganz gut funktionieren, wenn man mal ein paar Konventionen bricht oder wenn man sich einfach mal den Mut nimmt und sagt, ich beginne jetzt mal. Judi, hier noch gelabert, ich würde sagen, vielen Dank, dass du so lange dran geblieben bist und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Dein Christian von Selbstschuld.com. Mach's gut. Ciao. Ja, und wie immer zum Schluss gibt es immer noch ein kleines Add-on. Und zwar kann ich dir heute verraten, ich habe es endlich geschafft, in der Zeit, in den letzten Tagen, ja, meinen ersten Podcast hochzuladen. War ein total verrücktes Ding, weil ich bin Sonntag aufgewacht und habe gesagt, ich mache mal einen Podcast. Und zweieinhalb Stunden später war er dann schon fertig. Ich habe ihn bei Spotify hochgeladen und jetzt auch im YouTube-Kanal. Ich verlinke den mir oben. Amsterrad trifft Glücksmoment oder umgekehrt an der Stelle. Und ich spiele dir einfach mal 20, 30 Sekunden vor. Und wenn dir das so gefällt, dann kannst du dir den Podcast natürlich auch mal reinziehen. Sind ein paar andere Themen, aber irgendwie besteht das Leben ja nicht nur aus Geld, sondern auch aus dem Drumherum. Und in diesem Podcast oder auf diesem Kanal kriegst du das Drumherum. Wenn du dann diese zwei Kanäle zusammentust, hast du so ein, ja, ich nenne mal komplettes Konstrukt, um das mal so auszudrücken. Dann hast du die volle Ladung Krüche an. Und ja, mehr gibt es dann von mir auch nicht. Juti, dann war es das schon. Jetzt die 10 Sekunden oder 20 Sekunden Podcast. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Und jetzt habe ich dir noch ein gutes Beispiel mitgebracht. Und zwar die Geschichte mit der Oma. Wie ich eine Oma mit zwei Worten jeden Tag glücklich mache. Also wenn du das jetzt erwarten willst, bleib noch ein bisschen dran. Und zwar, ich laufe ja jeden Früh meine Morgenrunde. Ich habe mir angewöhnt schon vor knapp zwei Jahren, jeden Früh raus an die frische Luft, eine Runde laufen durch die Natur. Also eine Runde laufen so dreiviertel Stunde, Stunde kann ich jetzt sagen. Und so vor, ich sage mal, über ein Jahr habe ich festgestellt, da ist ab und zu mal so eine Omi, die kommt dir früh entgegen. Also wenn ich auf meiner Rückrunde bin, ist es so, dass sie mir entgegenkommt, um das mal so auszudrücken. Und nachdem ich zwei, drei Mal so an ihr vorbeigelaufen bin, weil ich sie ja gar nicht kenne und weil sie so ein bisschen so einen leicht, ja, krimmigen Eindruck macht, wie es manche Omis vielleicht manchmal machen, habe ich gesagt, grüß sie einfach mal. Und ich so, guten Morgen. Oh, sie war erst mal total erschrocken, um das mal so auszudrücken. Also so nach dem Motto, was will denn der kräftige junge Mensch jetzt von mir. Und sie ging weiter, hat sie auch nicht großartig gerührt oder Emotionen gezeigt. Aber ich habe dann jedes Mal, wenn ich sie getroffen habe, gesagt, guten Morgen. Also so wie ich halt bin, so freundlich, immer so frei in die Welt hinaus. Und ja, du wirst dich glauben, so nach dem 5., 6., 7. Mal guten Morgen. Das war so richtig trollig.